Wasser. Der Markus hat einfach seinen Eimer ausgeladen. Achso. Markus, ich komme mal runter. Ne, du weißt wie der war. Guck mal, den Koppel her. Hier ist auch der Lava-Eimer, du kannst bauen. Hier auch eine Spitzhacke, eine Holz. So etwas besseres habe ich nicht. Ok, ok. Ah, ne, ist gut. Au. Ach, Quatsch. Ich baue ihn erstmal provisorisch, weil wir haben nicht genug Kobbels, um den Komplett schon zu bauen. Ach, du willst Kobbels? Hast du genug, oder was? Wir haben 64 Sticker und 27. Ich hab nicht genug. Und Max, das hast du gemacht? Warum hast du alles abgebaut? Ja, weil wir das Feld versetzen müssen. Müssten wir nicht? Doch, wir bauen nichts größeres. Hallo? Michi? Ja? Gib mal die Kobbels her. Moment. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Du musst runter. Achso. Ich wollte mich schon beschweren. Oh, dankeschön. Ich hab... Träppelt mal nicht die ganze Zeit auf die Melone rum. Das ist die einzige, die war... Die Melone? Die Melone, ja. Deswegen mach ich die auch nicht kaputt. Wir haben aber noch Melonen in der Kiste. Äh, nein. Doch. Eigentlich schon. Äh, nein. Na, hat die da da nie. Wir haben noch zwei Melonen eigentlich in der Kiste. Zwei Melonenscheiben. Wo ist das Wasser? Unendliche Wasserquelle? Ich hoffe, du hast zwei Eimer. Hier ist Wasser. Ja, aber nur eins. Äh. Ah, für Gott sei Dank ist noch Wasser einmal. Da haben wir keine Wasserquelle mehr. Super. Hast du das Wasser weggenommen? Ja, ich hab das Wasser in der Hand, aber ich hab das... Aber wir haben keine Wasserquelle mehr. Ja, die macht da Markus ja jetzt. Oh mein Gott, die mach ich ja grad. Fühl mir nicht so ab hier. Fühl ich gleich. Fühl ich gleich mal meinen Eimer. Hammer. Hammer. Ich hab dich verbaucht. Toll, jetzt ist die Lauer im Arsch. Oh. Wir haben Obsidian. Super. Super. Ja, ist vorbei. Nee, war nur Spaß. Ich bin doch nicht so doof wie Dani. Es ist vorbei. Maxi, es ist alles vorbei. Alles vorbei. Schluss aus Ende. Hast du noch ein bisschen Krabbelsohn oder ist alles verbraucht? Wie sind wir ein Kaktus? Das ist eine gute Frage, der war in der Anfangskiste drin. Boah, leck mir im Arsch, ist das wichtig. Oh, ich hab ihn eins zu weit gebaut. Okay. Okay. Ja, mich, ich fall erstmal runter. Er steht und funktioniert. Sehr hübsch. Geh. Sehr hübsch. Das hat Stil. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, Hammer. Jetzt können wir ja alles anbauen, was wir wollen. Wo ist die Kiste? Ach, die schwebt immer noch da rum. Vorsichtchen. Ich muss erstmal hier den Boden zumachen, weil das geht mir nämlich extrem auf die Eier, dass hier ein Loch ist. Ich hätte ja keinen Krabbelsohn mehr, du hast ihn mir weggenommen. Weil der war nicht mehr da. Wunderbar. Und jetzt, ähm, die Kiste geht auch weg, wenn ich die mit der Hand abbaue, oder? Ja. Die kann man dann auch wieder... Okay. Nicht, dass die jetzt dann verschwindet. Wir haben genug Holz. Da hast du heute recht. So. Wo kann ich denn die hinbauen, ohne dass ich die im Weg bin? Egal, oder? Ja, ich baue die Bäume eh dann draußen hin, hab ich vor. Okay, dann baue ich die jetzt einfach mal neben die Werkbank. Korbel ist wieder in der Kiste. Ähm, sollen wir eine Pilzfarm bauen? Ja. Dann können wir uns Pilzsuppe machen. Jo. Müsst du nur wissen, wie das geht, weil das habe ich keine Ahnung von. Könnte ich ja dann machen. Michi ist am Kobbelfarm. Aber, wenn du die Bäume hinbaust, ne, dann musst du da irgendwie was drunter bauen, dass wir die Setzlinge auch... Ja, ja, das ist mir schon klar. Da brauche ich aber erst ein Kobbel. Ein Kobbel ist in der Küste. Echt? Hm. Ah, jetzt haben wir doch schon mal ein ganz nettes Feld hier, außer die eine Melone, die nirgends hinwachsen kann. Ja, du musst ja jetzt immer wieder ganz erwachsen. Wächst die auch auf Holz? Ja. Also nicht die Pflanze selber, sondern die Melone schon. Die wird eh nicht größer irgendwie. Irgendwie nicht, nein. Da bräuchte ich mir ein nettes Skelett. Vor allem hat dieses Scheißding auch kein Wasser mehr, ne? Kann man sich Melonen kaufen? Ja. Ich habe ein Problem. Hm? Hat die Melone abgebaut. Die ist weg. Mein Gott, so tragisch. Das ist nicht so tragisch. Ja, die ist aber weg. Ja, mein Gott. Muss er denn nicht kaufen? Die kostet aber voll viel. Da müssen wir verdammt viel Cobblestone-Farm. Kann man sich eigentlich einen zweiten Lava einmal kaufen? Nein. Ich glaube nicht. Super. Wieso? Da könnte man vielleicht eine zweite Maschine machen. Wir haben doch jetzt schon eine doppelte. Ja und? Da kann man noch eine doppelte machen. Ne, wir können... Warte mal. Ich muss mir das mal angucken. Vielleicht kann man daraus ja sogar eine vierer machen. Irgendwie. Ich hätte sogar schon eine Idee, wie man das machen könnte. Das ist in jede Richtung etwas. Wird aber riesig. Ja, ne, wird sie nicht. Das wird so groß, wie es jetzt ist. Bloß halt kreuzförmig. Ja eben. Kreuzförmig. Da muss man sich halt auf jeder Seite das Wasser... Gott, deswegen. Der stand ja vor der Tür. Creeper oder was? Ja. Aber der Creeper-Schaden ist aus, ne? Ja. Schaden ist aus, ja. Also nicht der Schaden, sondern der Explosion halt. Ja, den meine ich doch. Wer hat das Holz? Wer hat das Holz? Wer hat das Holz? Ich habe ein einziges Holz. Neiii. Markus, du das Holz. Mach die Tür hinter mir zu, mach die Tür hinter mir zu. Ja, du das Holz mal. Ja. Hast du das Holz, Markus? Ja. Kommt auch gar nicht. Könntest du mir bitte zwei Sticks geben? Jetzt habe ich das Holz. Jetzt hat Markus das Holz. Ich leg's in die Kiste. Lass mal Kürbis anbauen. Kann man nämlich auch noch verkaufen, wenn wir genug haben. Wir brauchen die Dinger ja nicht. Sonst mach ich hier den hin. Hier? Da, nein, nein, da. Hast du jetzt hingepflanzt? Ja, der ist doch schon drin. Also seh ich mein Tech-Spec nicht. Was hast denn du für eins? Ja, immer noch dieses New Life. Bei mir ist da nichts. Hammer. Voll praktisch. Was machst du? Neue Spitzhörer? Wo hast du denn die Bäume hingepflanzt, Markus? Nirgendwo. Nirgendwo. Kannst du die vielleicht? Ja, mir fehlt Coverstone. Und wer brauchst du für Bäume in Coverstone? Für die Plattform? Wir brauchst doch keine eigenen Plattform. Ja doch, damit die Scheiße nicht runterfällt, Michi. Das haben wir doch die ganze Zeit schon so gemacht. Wo ist denn der Coverstone? Hast du denn? Ich mach die Tür nicht zu. Ja genau, warum diskutierst du einfach? Geh mir auf die Scheiße her. Du brauchst es doch eh nicht. Du stehst ja eh nur und farmst das Zeug. Damit wir es verkaufen können und so. Ja, als hätten wir so viel, dass wir es verkaufen können bis jetzt. Ja, das nicht. Aber wenn wir so weitermachen, haben wir irgendwann genug, um es zu verkaufen.